Ein Renault Kangoo Vorführwagen steht hier zum Verkauf. Zwei Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter verfüllt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Traktionskontrolle, Tempomat und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 75 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017